Auf die Sekunde genau! In jeder guten Küche gehört der Kurzzeitwecker KT200 zur unverzichtbaren Grundausstattung dazu. Mit dem Modell präsentiert Technoline einen digitalen Kurzzeitwecker mit einer Countdown- sowie Stoppuhrfunktion. Der Timer verfügt über ein gut ablesbares Display und ist mit einer Magnethalterung ausgestattet. Das Modell eignet sich außerdem für eine Wandaufhängung oder Tischaufstellung. Untertitelung des ZDF, 2020